Harry Potter Die Märchen von Biedel dem Baden Des Hexers haariges Herz Von Joanne K. Rowling Gelesen von Kathy Seme Es war einmal ein reicher und begabter junger Hexer, der beobachtete, dass seine Freunde sich töricht verhielten, sobald sie sich verliebten, dass sie umherhüpften und sich herausputzten, dass sie ihren Appetit und ihre Würde verloren. Der junge Hexer beschloss, niemals einer solchen Schwäche zum Opfer zu fallen und mit Hilfe der dunklen Künste sorgte er dafür, dass er dagegen gefeit war. Die Familie des Hexers wusste nichts von seinem Geheimnis und lachte, als sie ihn so zurückhaltend und kühl sah. Das wird sich alles ändern, prophezeiten sie, wenn ein junges Mädchen ihm den Kopf verdreht. Aber niemand rührte am Kopf des jungen Hexers. Zwar gab es viele Frauen, die sein stolzes Gebaren reizte und ihm mit höchst raffinierter List zu gefallen suchten. Doch keiner gelang es, sein Herz zu bewegen. Der Hexer schwelgte in seinem Gleichmut und in der Klugheit, mit der er ihn geschaffen hatte. Die erste jugendliche Frische schwand und die Altersgenossen des Hexers begannen zu heiraten und dann Kinder zur Welt zu bringen. Ihre Herzen müssen leere Hülsen sein, spottete er insgeheim, während er die Posten der jungen Eltern um sich herum beobachtete. Die Forderungen dieser wimmernden Kinder haben sie ausdörren lassen. Und noch einmal beglückwünschte er sich zu der Weisheit seiner frühen Entscheidung. Zur rechten Zeit starben die greisen Eltern des Hexers. Ihr Sohn trauerte nicht um sie. Im Gegenteil, er schätzte sich glücklich ob ihres Todes. Nun herrschte er allein über ihr Schloss. Nachdem er seinen größten Schatz in das tiefste Verlies gebracht hatte, widmete er sich einem Leben voller Bequemlichkeit und Überfluss, mit vielen Dienstboten, die nur sein Wohlergehen im Sinn hatten. Der Hexer war sich sicher, dass er den grenzenlosen Neid aller erwecken müsse, die seiner großartigen und ungestörten Einsamkeit gewahr wurden. Bitter war daher sein Zorn und sein Verdruss, als er eines Tages zufällig hörte, wie zwei seiner Lakaien sich über ihren Herrn unterhielten. Der erste Diener bekundete Mitleid mit dem Hexer, der trotz all seines Reichtums und all seiner Macht von niemandem geliebt wurde. Doch sein Gefährte lachte höhnisch und fragte, weshalb denn ein Mann, der so viel Gold und ein prachtvolles Schloss sein eigen nenne, unfähig gewesen sei, eine Frau für sich zu gewinnen. Die Worte der Diener trafen den lauschenden Hexer fürchterlich in seinem Stolz. Er beschloss, auf der Stelle eine Frau zu heiraten, und zwar eine Frau, die allen anderen überlegend sein würde. Sie würde von verblüffender Schönheit sein, Neid und Begierde eines jeden Mannes entfachen, der sie erblickte. Sie würde von magischer Abstammung sein, so dass ihre Nachkommen hervorragende magische Talente erben würden. Und sie würde mindestens genauso reich sein, wie er selbst, damit sein behagliches Leben trotz der Erweiterung seines Haushalts gesichert wäre. Es hätte den Hexer 50 Jahre kosten können, eine solche Frau zu finden. Doch zufällig kam an eben dem Tag, da er beschlossen hatte, sie aufzuspüren, eine junge Frau, die genau seinen Wünschen entsprach, in die Gegend, um ihre Verwandten zu besuchen. Sie war eine Hexe von erstaunlichem Geschick und besaß viel Gold. Ihre Schönheit war so groß, dass sie das Herz eines jeden Mannes rührte, dessen Blick auf sie fiel. Eines jeden Mannes, das heißt mit einer Ausnahme. Das Herz des Hexers empfand überhaupt nichts. Dennoch war sie die Trophäe, die er suchte, und er begann, ihr den Hof zu machen. Alle, die das veränderte Benehmen des Hexers bemerkten, waren erstaunt und sagten zu dem Mädchen, dass sie dort gesiegt habe, wo hundert andere gescheitert waren. Die junge Frau selbst war hingerissen und abgestoßen zugleich von den Werben des Hexers. Sie spürte die Kälte, die hinter seinen warmen Schmeicheleien lag, und sie hatte noch nie einen so merkwürdigen und unnahbaren Mann getroffen. Ihre Verwandten hielten die beiden jedoch für ein vollkommenes Paar, und in ihrem Eifer, sie zu unterstützen, nahmen sie die Einladung des Hexers zu einem großen Fest zu Ehren der Jungfrau an. Die Tafel war voll beladen mit Silber und Gold und trug die edelsten Weine und üppigsten Speisen. Spielleute klimperten auf den Seiten und besangen, die er herrn nie empfunden hatte. Die junge Frau saß auf einem Thron neben dem Hexer, der mit leiser Stimme sprach und zärtliche Worte verwendete, die er den Dichtern gestohlen hatte, nicht ahnend, was sie in Wirklichkeit bedeuteten. Die junge Frau lauschte verwirrt und antwortete schließlich, »Ihr sprecht gut, Hexer, und ich wäre über euer Verben hoch erfreut, wenn ich nur glauben könnte, dass sie ein Herz habt.« Der Hexer lächelte und sagte, dass sie in dieser Hinsicht keine Furcht hegen müsse. Er bat sie, ihm zu folgen und führte sie fort von dem Fest und hinunter zu dem abgeschlossenen Verlies, wo er seinen größten Schatz aufbewahrte. Hier, in einem verzauberten Kristallkasten, befand sich das pochende Herz des Hexers. Seit langem schon von Augen, Ohren und Fingern abgetrennt, war es nie der Schönheit zum Opfer gefallen oder einer wohlklingenden Stimme, oder der Empfindung von seidenweicher Haut. Die Jungfrau war entsetzt über seinen Anblick, denn das Herz war vertrocknet und mit langen, schwarzen Haaren bedeckt. »Oh, was habt ihr getan?« klagte sie. »Steckt es dorthin zurück, wo es hingehört. Ich flehe euch an!« Der Hexer sah, dass dies unumgänglich war, wenn er ihr gefallen wolle. Und der zog seinen Zauberstab, öffnete den Kristallkasten, schnitt sich die eigene Brust auf und setzte das haarige Herz wieder in die leere Höhlung, die es einst bewohnt hatte. »Nun seid ihr geheilt und werdet wahre Liebe erfahren,« rief die Jungfrau und sie umarmte ihn. Die Berührung ihrer weichen, weißen Arme, der Klang ihres Atems in seinem Ohr, der Duft ihres schweren, goldenen Haares, all dies durchbohrte das neu erwachte Herz wie Speere. Doch es war im Lauf seiner langen Verbannung sonderbar geworden, blind und grausam in der Dunkelheit, zu der es verdammt worden war. Und seine Gelüste war nun übermächtig und verderbt. Die Festgäste hatten die Abwesenheit ihres Gastgebers und der jungen Frau bemerkt. Anfangs kümmerte es sie nicht, doch als die Stunden vergingen, wurde ihnen bange und schließlich begannen sie, das Schloss zu durchsuchen. Am Ende fanden sie das Verlies und dort erwartete sie einen äußerst schrecklichen Anblick. Die Jungfrau lag tot am Boden, mit aufgeschlitzter Brust und neben ihr kauerte der wahnsinnige Hexer. In der einen blutigen Hand ein großes, glattes, glänzendes, scharlachrotes Herz, das er leckte und streichelte. Während er schwor, sein eigenes dafür einzutauschen. In der anderen Hand hielt er seinen Zauberstab und versuchte, das ausgedörrte, haarige Herz aus seiner eigenen Brust hervorzulocken. Doch das haarige Herz war stärker als er und weigerte sich, die Gewalt über seine Sinne aufzugeben oder in den Sarg zurückzukehren, wo es so lange eingeschlossen gewesen war. Vor den entsetzten Augen seiner Gäste warf der Hexer seinen Zauberstab beiseite und packte einen silbernen Dolch. Mit dem Schwur, sich niemals von seinem Herzen beherrschen zu lassen, hackte er es aus seiner Brust heraus. Einen Augenblick lang saß der Hexer triumphierend auf den Knien, ein Herz fest in jeder Hand. Dann fiel er über den Leichnam des Mädchens und starb. zwei drei An un vor